so können weitergehen ich weiß aber gar nicht wo wir stehen geblieben sind jetzt schon mal ein paar tage nicht gespielt habe ja super das liebe ich ja in saufwand schießen und dann kann man den schuss abwehren ich bin okay ich bin mal gespannt wie wir da jetzt rüber kommen ja das war natürlich klar oh man falsches timing ich schaff's nicht das wird wieder nichts ich komme nicht durch ich bin mir hier auf ja 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 wir haben ein paar fähigkeiten vergeben können Ne, um Null. Null zur Verfügung. Alter. Gibt's doch nicht. Der geht da noch mal um den Pinsel. Da müssen wir mal Ruhe sein. Wie vom Imperator gewünscht haben wir Zeffo besetzt und die Bewohner umverteilt. Der Planet hat bislang keine signifikanten Daten oder Relikte für Projektbohrer gebracht. Seine elektromagnetischen Winde haben den Großteil unserer Bergbaumaschinen lahmgelegt. Gleichzeitig fallen immer mehr Truppler der gefährlichen Fauna zum Opfer. Wir werden unseren Auftrag hier nicht erfüllen können. Ich empfehle daher das Projekt abzubrechen und nur einen Außenposten zurückzulassen, um unsere Technologie vor Plünderern zu schützen. Okay. 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 Wir müssen aber Ruhe sein hier im Karton. Mann, Mann, Mann. So. Hier waren wir ja auch schon. Ja. Dann stellt sich uns natürlich die Frage, ob wir da noch hin müssen oder nicht. Ja. Gucken wir mal. Hauptziel. Was denn unser Hauptziel übrigens? Unser Hauptziel ist da hinten. Genau. Da müssen wir wieder hin. Okay. Wir sind gerade hier. Was heißt? Ähm. Okay. Das heißt, wir gehen hier wieder zurück. Die richtige Richtung? Ja. Das sind Laserschwerte. Das ist doch besser als die Taschenlampe, oder? So. Guck mal. Ja. Gucken, wie wir zu unserem Schiff kommen. Unser Schiff ist da. Ah. Das heißt, wir müssen hier rechts rüber eigentlich. Oh. Eigentlich. Da rüber. Ja. 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 Da wieder rüten. Ja. Ja. So. Ja. Ja. Ich gehst immer. Ja. 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 So, jetzt ist ja Ruhe. So, jetzt müssen wir... Wir müssen jetzt rechts rüber. Quasi da rüber. Ah, das war nix. Nochmal. Ja, das war auch nix. Also geht das so nicht, dann müssen wir es hier nochmal versuchen. Ah, okay. Oh Mann. Aber die Richtung stimmt hier schon. So. So. So, super, super. So, jetzt sind wir hier. Genau. Und drehen, bewegen. Ah, das Schiff ist da. Ja, alles klar. Passt ja. So, dann gehen wir mal hier durch. Jawohl. Sind wir hier. Und jetzt hier. Ich frage, wie kommen wir da jetzt rüber? Wir versuchen da einfach mal. Jo, hat geklappt. Da müssen wir ja theoretisch in die Richtung, ne? So, hier hoch. Zack. Und zack. Lass die mal Ball an hier. Schieß mal. Nein, schieß nicht. Scheiße. Ja, hier ist ja... Oh, der ist verpissstig hier. Oh, du wolltest scannen, ne? Oh. So. Und zieht dann aber gesperrt, wie ich scanne. So. Ja, ist ja gut, Junge. Aber ich habe ja gar keine Energie mehr. So. Aber wir müssen jetzt... Da zum Schiff. Wir sind jetzt hier. Also hier rüber und dann da rüber. Okay, 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 okay. Genau. Hier zurück. Hier rüber. Hier rüber. Zack. Zack. Jetzt hier rüber. Zack. Zack. Jetzt hier rüber. So. Zack. Hier rüber. Müssen wir hier, wo wir rauskommen, eigentlich wieder zum Schiff kommen, ne? Oder? Ja, die Richtung stimmt, sehr gut. Jetzt müssen wir noch... Was? Seht aus, als wärst du verwundet. Bis durch. Ich frage. Mensch, ich habe keine Energie mehr. So. Ich muss jetzt hier rüber, bis ich da zum Schiff komme. Mal gucken, wie ich das hier am geschicktesten mache. Seine Möglichkeit gibt. Na, so doch nicht. Mann, 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 Mann. Okay, gibber. So auch nicht. Ich würde jetzt ja am liebsten einfach mal so rüber springen. Aber das funktioniert nicht. So. Nein. Okay. Gucken wir mal. Wo ist er da rüber? Jetzt sind vier. Ja, das wäre ja... Das geht doch auch in die falsche Richtung, ne? Ja, ich muss hier rüber. Aber wie komme ich da rüber? Komme ich vielleicht da rüber, wenn ich jetzt hier lang klette? Ich hoffe, hier gefällt mir das hier nicht so. Es ist schön, dass ich hier rausgekommen bin, aber... Ja, ich muss hier rausgekommen. Ne? Ah, das sieht doch schon besser aus. Deine Machtanzeige ist leer für Gegner Schadenzungen, um Macht zu regenerieren, okay. Jawohl. So, mal gucken, was wir da finden. Neues Lichtschwertmaterial, toll. Was ich bräuchte, wäre Energie. Wo bin ich denn hier überhaupt? Ja, alles klar. Aber hier rüber ist schon richtig, aber... Wie komme ich da jetzt rüber? Ja. Was ist das? 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 Wir kommen rüber, wir kommen rüber Das ist doch schon mal gut Dann schieß doch nicht, das ist doch da ein Untergang Ja, wenn ich nicht bald Energie bekomme, habe ich echt ein Problem Wer ist das? Wer ist das? Mal gucken, wo es hier lang geht Mal gucken, wo es hier lang geht Kerr, ein Kampf gott